Nach dem überraschenden Ausscheiden bei der letzten Weltmeisterschaft hat man sich ja bei Belgien von Nationaltrainer Roberto Martinez getrennt. Der ist jetzt mittlerweile bei Portugal Nationaltrainer und nun hat man mit Domenico Tedesco tatsächlich den neuen Nationaltrainer Belgiens gefunden. Und in dem Video werde ich einfach mal so ein bisschen meine Gedanken dazu äußern, warum er ein guter Fit für Belgien sein könnte. Zunächst einmal, wenn wir jetzt mal so anschauen, was er so für Fußball spielen lassen hat, sei es jetzt bei Schalke damals, bei Moskau oder halt vor allem auch bei seiner letzten Station in Leipzig, dann ist das halt wirklich der perfekte Nationalmannschaftsfußball. Er vertraut nämlich viel auf die individuelle Qualität der Spieler, da war es bei Leipzig vor allem halt eben ein Christopher Nkunku, der dann halt eben für den Erfolg gesäugt hat als Spielmacher quasi. Und eine ähnliche Rolle könnte dann halt eben Kevin De Bruyne einnehmen bei Belgien. Und genau dieser pragmatische Fußball ist halt eben derzeit quasi die Meta der Nationalteams, die halt gerade so mit am erfolgreichsten ist. Wir haben es jetzt bei Frankreich gesehen mit Deschamps als Trainer, die ins Finale kamen bei der WM, aber halt eben auch bei England beispielsweise, die trotz Southgate ins Viertelfinale kamen. Und ja, im Gegensatz dazu dann halt eben auch Deutschland, die schon eher einen attraktiven Fußball gespielt haben, aber dann halt eben defensiv daran gescheitert sind. Und es zeigt halt eben, dass bei einer Nationalmannschaft dann doch eher die Defensive im Fokus sein sollte, da man halt viel weniger Zeit hat, die ganzen Abläufe einzutrainieren. Und das könnte daher dann doch gut passen mit Tedesco, hatte ja damals bei Schalke eine extrem gute Defensive und wurde ja damals dann auch Vizemeister, deshalb. Tedesco steht jetzt nicht unbedingt dafür, ein großer Taktiker zu sein. Klar, er hat schon was drauf, das will ich hier nicht leugnen. Aber er nutzt jetzt keine überkrassen taktischen Kniffe, was aber eben halt auch nicht nötig bei Nationalmannschaften ist und halt auch, wie gesagt, zeitlich nicht wirklich möglich ist, da man halt, ja, nur ein paar Lehrgänge hat pro Jahr. Und ja, da kann man nicht viel einüben. Vielmehr ist dann halt eben ein pragmatischer Fußball wichtig und vor allem halt auch die Menschenführung und der Umgang mit dem Team wichtig. Und da ist Tedesco wirklich herausragend, da kann man nichts gegen sagen. Er war bei allen seinen Stationen, sei es jetzt von Aue, Schalke, Moskau bis Leipzig, war er wirklich sehr beliebt und hat auch stets das komplette Team mitgezogen. Und halt eben auch mit den Leuten hinter dem Team stets einen guten Umgang gepflegt. Und das ist halt vor allem bei so Turnieren wichtig, dass man da wirklich alle mitnimmt und quasi so ein Feuer entfachen kann. Zudem hat Tedesco ja bei Leipzig gezeigt, dass er ein Turnier im K.O.-Format gewinnen kann. Auch wenn ich da als Freiburg-Fan, der beim Finale im Stadion gegen Leipzig war, jetzt keine so guten Erinnerungen dran habe. Eine Sorge wiederum könnte so ein bisschen die Sprache sein, aber das kann ich auch so ein bisschen relativieren und somit mit dem Großteil der Mannschaft auf ihrer Muttersprache sprechen. Und zudem kann er auch auf Englisch mit ihnen reden und mit ihnen kommunizieren. Und er hat ja auch in Moskau schon gezeigt, dass er auch in einem für ihn fremden Land trotzdem Erfolg haben kann. Und generell lernt er die Sprache recht schnell. Also ich kann mir auch vorstellen, dass der da noch Niederländisch lernt eventuell. Aber mal schauen. Außerdem spricht für Tedesco auch noch die Arbeit mit jungen Spielern, denen er oft bei seinen Klubs eine Chance gegeben hat. Und ihnen bei entsprechender Leistung dann halt eben auch eine große Rolle in seinem System zugesprochen hat. Allen voran denke ich da beispielsweise an Max Meier bei Schalke damals. Und dieser Aspekt wird halt bei Belgien vor allem wichtig in Anbetracht dessen, dass man bei Belgien nun einen Umbruch einleiten muss. Aufgrund des Alters der gescheiterten goldenen Generation und dem großen Talent, das gleichzeitig gerade nachrückt mit einigen Top-Talenten. Wie zum Beispiel De Bast, De Cattelare, Onana, Doku, Lavia oder auch Openda, um nur mal ein paar zu nennen. Alles in allem würde ich schon sagen, dass Tedesco Erfolg haben kann mit Belgien als deren Nationaltrainer. Allerdings sollten die Erwartungen natürlich nicht allzu hoch sein und beispielsweise jetzt in Richtung eines Titels schielen. Aber nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase sollte man da so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt worden sein, denke ich mal. Sein Vertrag läuft erstmal bis zum Abschluss der nächsten Europameisterschaft, die eben in einem Heimatland Tedescos hier in Deutschland stattfindet. Und bei entsprechender Entwicklung spielerisch durch den richtigen Mix zwischen Alt und Jung könnte er für eine längere Vertragslaufzeit sorgen und eventuell ja die nächste goldene Generation heranführen. Ich denke als Übergangslösung eben für diesen Prozess ist er genau der richtige Trainer, ob es dann, wenn die nächste Generation soweit ist, für ganz oben reichen kann. Mit ihm als Trainer muss man dann eben sehen, aber für den aktuellen Stand im belgischen Fußball finde ich, dass er somit die beste Wahl ist, die man treffen konnte. Das soweit meine Einschätzung zu Domenico Tedesco als neuem Nationaltrainer Belgiens. Teil dir meine Einschätzung, seht ihr es anders, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.